Was geht Bros? Herzlich Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir Freunde. Heute habe ich ein richtig geiles Video für euch. Erstmal vorab, ihr seht es im Hintergrund, ich habe jetzt hier neue coole Lichter Leute, sieht auf jeden Fall nice aus und wir switchen rüber zu Brawl Stars. So, also, ich habe was richtig cooles mir ausgedacht und zwar bin ich hier gerade in dem Account von meinem kleinen Bruder Benji drin Leute und er ist in meinem Account drin. Was geht übrigens Benji? Er ist hier live auf Discord. Was geht Bro? Was geht Bro? Alles klar Digger? Also, so, du wirst heute für mich die 20.000 Trophäen erreichen Leute. Gönnt euch wie viele Trophäen mein Account gerade hat, er hat 19.999 und das wird heute mein kleiner Bruder für mich machen und also du erreichst so gesehen die 20.000 Trophäen für mich so gesehen. Also, let's go Bro. So, mit welchem Bruder sollen wir spielen, das Duo Showdown, ne? Hm. Ja, check mal ab. Nein, ich nehme Crow. Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Nicht Crow nehmen. Digger, der hat, das war ein aktuell höchster Brawler mit aktuellem Film. Ja, ich habe noch nie mit einem gespielt, der so viele Trophäen hat. Ja, aber dann wird, das wird ein unnötiges Risiko, das ist richtig schwer dann, ne? Nein. Was, er will trotzdem nehmen. Oh Mann, Leute, das ist genau, du brauchst nur ein Trophäe und er will so machen. Er will so, so richtig, uns selber richtig Druck machen. Richtig. Oh Mann, Digga, okay, warte, ich nehme dann Daryl. Daryl ist eigentlich gut für die Map, deswegen starte rein, Digga. Oh Mann. Okay, drückt breit. Oh Mann. Rein in die Olga. Rein in die Olga, okay. Let's go, Digga. Oh mein Gott. Kurz vor den 20k, Bro. Bist du aufgeregt? Ich. Also, Leute, gebt auf jeden Fall mit diesem Video einen Daumen nach oben. Wie viele Likes, Benji, auf diesem Video? Was sagst du? 100.000 Likes. Alles klar, das war es an der Stelle wieder komplett. Das war es mit diesem Video, ich würde sagen, nein. Aber gebt auf jeden Fall ein Like, Leute. Schafft wir auf diesem Video 5.000 Likes, ich bin gespannt. Und lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Okay, Benji, Konzentration. Wir spielen gegen 800er, 900er Gegner hier. Wir spielen gegen richtige Noobs hier. Ja, genau, würde ich jetzt auch sagen. Wie fährt nochmal dein höchster Browler? Pass auf, pass auf, pass auf. 750, Sherry. Ja, stimmt. Okay, Digga, das war auch schon krass. Also, pass auf. Lauf nach rechts, lass mich den nehmen. Oh, alle sind so welche Noobs hier. Das hast du jetzt gesagt, ne? Push die, komm, wir müssen pushen. Wir müssen reingehen. Ich habe meine Ulti noch nicht, aber jetzt. Und? Ich bin... Wow, mein Gott. Ich wurde geholt, Benji. Schnell verstecken. Plan ist absolut schiefgegangen. Nein, Bro, mach jetzt keinen. Nein, mach jetzt nicht diesen. Nein, pass auf, Energy Ding. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Lauf, abhauen. Oh mein Gott, du bist sogar da geblieben. Glück gehabt. Schöne doch, Bruder. Glück gehabt, Digga. Was ist denn los? Du checkst nicht, Bro. Du bist ein Trophäe vor 20.000, Mann. Komm, wir pushen die ein bisschen, aber... Nuh, nuh. Der Mr. P ist ganz eklig, wirklich. Oh, Energy Ding spawnt hier. Komm, komm nach links, komm nach links. Oh nein, sein kleines Geschütz. Was war was? Haben sie mich gesehen? Digga, die machen... Boah, das ist jetzt ultra risky, was ich gerade probiert habe. Was habe ich gemacht? Wir sind dritter geworden. Nein, guck mal. Das Ding ist, du hast wie viel... Ich habe gerade bei deinem Account neue Trophäen bekommen. Wie viel hast du gemacht? Nicht eins. Genau. Jetzt fehlen zwei Trophäen. Oh, Mann. Guck, Leute. Gönnt es euch. Warte. Zeigst du dich mal. Warum lädt das jetzt nicht? Hallo? Penny, Bro. Nein, auf gar keinen Fall, Penny. Willst du noch Micro nehmen? Was? Willst du noch Micro nehmen? Nein, nicht nur Spectrum. Weil jetzt habe ich auch keine 800 mehr mit Crow. Jetzt bin ich auch noch deswegen sauer. Deswegen. Oder willst du Spike, Bro? Ja, okay. Können wir auch machen. Let's go. Starten wir rein, Digga. Leute, wer noch nicht den Spike, Bro Merch hat, auf jeden Fall Link in der Beschreibung. Gönnt euch den Spike, Bro Merch. Und zum Thema Merch am 13.02. An meinem Geburtstag kommt unser neuer Merch raus. Und zwar der Crow, Bro Merch, Freunde. Das wird der beste Merch überhaupt. Ihr werdet es selber sehen. Ich brauche euch gar nicht viel dazu sagen, Leute. Auf jeden Fall. Ich sage nur, macht euch bereit. Wartet ab, bevor ihr euch irgendeinen anderen Merch vielleicht kauft oder so. Wartet einfach ab, bis der rauskommt. Und beeilt euch auf jeden Fall. Seid schnell. Und ihr werdet auf jeden Fall eine limitierte Autogrammkarte dazu kriegen. Mit meiner Unterschrift drauf. Und warum bist du jetzt tot, Benji? Chili, ich habe einen Chili hier geholt. Warte. Ich habe meinen Ulti. Ich will einen von denen holen, aber die sind zu weit weg. Warte. Lass den Rico rankommen. Okay, warte. Beide sind down. Gute Hits gibst du da. Sauber. Spike hast du ja nicht, ne? Also mit der Star Power. Ich weiß. Die Star Power ist echt cool. Ist richtig geil, ne? Leute, wenn ihr Bock habt, dass wir öfter solche Videos machen, wo Benji meinen Account entdeckt, so gesehen, weil er hat ja, ich habe ja ganz viele Sachen hier drauf, die er noch nie hatte. Und auch bei sich nicht hat. Das ist halt das Ding. Und jetzt geht es hier rein, Leute. Und wir holen uns beide. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte nicht fünfter werden. Warte, ich, 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 ich. Schände Zeit, ich schände Zeit. Du spawnst gleich. Zwei. Warte. Geh jetzt rein, wenn du spawnst. Geh jetzt vor mich. Geh jetzt vor mich. Genau vor mich gehen. Du musst, du musst mich decken. Und jetzt schnell nach rechts abwauen. Oh mein Gott, Bro. Es hat geklappt, Digga. Es hat geklappt, Mann. Da ist ein Teammate, glaube ich. Also, oh mein Gott. Let's go. Nein. Doch, ich habe drei Power Cubes und ich bin ab. Weg hier, weg hier, weg hier. Digga. Die schwitzen alle hier krank. Komm. Pass auf, ich lebe noch. Ich lebe noch, alles cool. Die hat Energy Drink. Pass auf, halt die weg. Es leckt. Es leckt einfach bei mir WLAN. Oh mein Gott. Okay, jetzt geht es wieder. Warum? Was hast du so gesagt? Ich habe nur ein Lisbon gehört. Was hast du gesagt? Benji? Halt sie einfach raus. Weil die kämpfen wollen. Ja, so raushalten, meinst du? Oh, ich habe beide geholt. Let's go, Bro. Ich muss aber abchecken. Und das Ding ist, sie kriegt jetzt hier den Energy Drink. Aber sie ist low. Sie ist wanted, Bro. Benji wanted. Ja. Oh mein Gott, let's go, Digga. Bleib weg, bleib weg. Tschüss, tschüss. Die hat Ulti. Die hat Ulti. Wir pushen jetzt von beiden Seiten, okay? Drei, zwei, oder wir täuschen einmal an. Von beiden Seiten. Warte, ich habe einen Energy Drink. Warte. Den kriege ich noch. Und jetzt gehen wir rein. Oh, die macht es schlau. Die macht es sehr schlau. Die macht es sehr schlau. Wir werden verlieren. Ich fass es nicht. Was? Die hat es so schlau gemacht. Perfekt hat sie gespielt, die Rosa. Aber ey, Benji. Du hast es jetzt geschafft. Wir haben es geschafft. 20.000, Bro. Bei mir sieht das relativ unspektakulär jetzt aus hier. Aber. Benji. Wir schauen uns mal jetzt mein Profil an. Also, wo Benji jetzt gerade drin ist. Und. 20.005 Trophäen. Darf wir jetzt alle einen Daumen nach oben geben, Leute. Und wenn ihr euch wundert. Daumen nach oben. Save. Daumen nach oben. Und wenn ihr euch wundert, warum genau jetzt 20.000. Weil ich hatte ja einen Stream gestern gemacht gehabt. Wo ich gemeinsam mit euch die 20.000 erreicht habe. Aber ich bin unter die 20.000 kurz wieder gefallen. Und dann dachte ich halt, jetzt ist mir diese Videoidee in den Kopf gegangen. Und die war. Diese Videoidee ist einfach nice. Also. Benji. Lass uns mal. Auf jeden Fall noch ein bisschen versuchen erster zu werden. So. Du willst. Mit Bo nehmen. Mit Bo. Sicher. Also ich will mich jetzt auch nicht selbst loben. Aber. Wenn man so auf mein Profil klickt. Von dem anderen Account aus. Das sieht schon krank aus. Hashtag 241. Auf der Welt. Oh Mann, Leute. Let's go, Bro. Okay. Komm. Soll ich warte? Soll ich da? Wen hast du denn noch hier so? Äh. Nimm mal. Nimm mal bei mir. Ich nimm mal jetzt seinen schlechtesten. Nein. Doch, komm, Sandy. Let's go. Komm, Sandy ist krass. Komm. Let's go. Ab geht's, Bro. Du magst Sandy nicht. Du magst Sandy nicht. Warum? Die ist dumm. Die ist dumm? Lol. Leute. Leute. Leute, guckt euch mal diesen Bug an. Live im Video. Bei mir steht Leben 5. Bei dir auch Leben 5. Bei Kiste steht 1, 2. Guck mal. Oh mein Gott. Leute, was ein Bug. Oh mein Gott. Das hab ich noch nie gesehen. Live im Video, Freunde. Hä? Haben wir jetzt wirklich so viel Leben? Nein, aber bei mir ist anscheinend ein Fehler. Nein, bei mir steht normal. Bei mir steht Gegner 52 steht bei ihm. 92, 29, 100. Nein, und so. Digga, was ist das, Alter? Oh mein Gott. Bei mir steht 2 mal 9. 9, 9. Jetzt steht 5. Lol. Bei dir steht jetzt gar nichts bei mir. Bei mir steht einfach gar keine Zahl. Ja, moin. Lol. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Was? Ich kann gar nicht einschätzen, wie ich attackieren soll. Ja, das war gut. Komm, wir pushen den Mod. Oh, ich hab Energy Bank. Okay, warte. Und komm direkt nach oben. Der ist hier über... Komm. Sauber, Digga. Sehr, sehr clean. Nice. Nice one. Hier ist direkt der nächste Energy Bank. Push die mal. Und Leute, checkt auf jeden Fall auch das Video auf Benjis Kanal ab, Leute. Und wer alles noch nicht Benjis Kanal abonniert hat, der muss es auf jeden Fall machen. Hälft ihn zu den Wundert... Warte, lass ihn da kommen. Lass ihn kommen. Okay. Komm. Ach, Digga, wir gewinnen so oder so safe. Ich hab eh noch meinen Energy Drink hier. Warte. Und weg ist er. So. Wo ist Showdown? Wo sind die letzten... Was? Deine Furz. Achso, ich hab... Warte. Du hast ihn in meiner Mine, okay? Okay. Ich hab verstanden. Ich hab gefurzt. Komm mit, Jo. Okay, ja, tschüss. Achso. Er sollst du runterkommen. Achso, du wolltest... Ah, okay, okay. Na, egal. Egal, warte, wir machen noch mal. Boah, das geht ab, Alter. Die Komposik, guys. Ich dachte gerade ehrlich, du hast einfach gesagt, ich hab gefurzt. So richtig random. Wie gesagt, Leute, Benjis Kanal abonnieren, helft ihn zu den 120.000 Abonnenten, helft mir zu den 420.000 Abonnenten. Und ja, man. Let's go, bro. Komm, geh du holen. Und du. Nein, komm, geh du. Ge du. Ach, Digga. Weg, ich mach dich. Was? Du redest zu. Komm, Benji. Ich mach dich. Warte. Weg. So. Warte mal, komm. Oh mein Gott. Wieso leckt es denn? Hä? Was, Benji? Run. Run. Dun, 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 dun. Bei mir hat es einfach geleckt. Ihr habt es gesehen, Leute. Es hat einfach geleckt und auf einmal Verbindung wieder hergestellt und ich bin tot. Nice. Wenn ich spawne, geh rein. Ich... Jetzt geh jetzt rein. Oh. Nice. Hast du gut auf mich gehört. Ich glaub, hier ist einer. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Dass die so machen wollen. Guck mal, wieso? Wieso haben die so Angst vor uns, obwohl er Energy Drink hat? Komplett lost. Komm, wir holen die uns. Wir haben die gleich. Die sind übel in der Ecke hier. Ich hab ihn schon mal. Und die Rosa haben wir auch. Nice one. Pass auf, da ist ein Primo hier. Pass auf. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Hilfe, Hilfe. Was? Er lässt mich einfach im Stich? Wie? Hallo? Hallo? Wie, du lässt mich einfach im Stich? Benji? Ja? Wieso lässt du mich einfach im Stich, ey? Oh. Was hast du gesagt? Weil ich cool bin. Ach so. Das ist uncool. Pass auf, hier ist deine Licht. Ich hab den Primo kurz geholt. Ich hab ihn noch Energy Drink, Digga. Warte, warte, er soll meine Minen laufen. Wo sind deine Minen? Ach so, da. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen, er soll meine Minen laufen. Okay, ein Hund. Ein Hund wäre weg. Den Hund wäre weg. Okay. Pass auf, er darf nicht das bekommen. Oh, jetzt hat er Energy Drink, Digga. Das ist ihm egal. Komm hier hinter einfach. Okay, okay, komm. Okay, er läuft rein. Wow, er ist zu schnell. Er hat ihn noch geholt. Okay. Also, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Kommentiert. Alle, die bis jetzt hier, bis hier geschaut haben, schreibt in die Kommentare, Hashtag Ehre. Oder einfach, oder schreibt Hashtag Crow und dann Leerzeichen Bro. Okay? Schreibt das in die Kommentare, Leute. Ich werde ganz viele davon mit einem Herz favorisieren. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, Leute, macht's gut, Benji, Bro. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao.